Sicherheit verlieren. Sehr klar. Rotes Auto bringt Unglück. Schön verteilt, aber keiner reingegangen. Nee. Und ich muss jetzt wieder zurück. Sehr klar. Ich muss jetzt wieder auf los. Ziehe keine 5000er. Aber es ist schön gemacht. Das ist mega gemacht. Aber ich kann ja noch 10 schießen durch oben. Ach, ich trottel. Guck dir das mal an. Ja, das war ja wohl auch nicht. Ja, das war halt. Meine Güte. So, ich hatte jetzt in einem so Pum und dann alle halb Ding, 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 Ding rein. Schauen wir mal, was da so wird. Halbe, oder? Ach, die andere ist direkt mit. Und wie kommt die jetzt raus? Das ist eine gute Frage. Sehr wahrscheinlich da vorne an der Schnauze. Oh, da ist sie. So, du hast die halbe. Ja, hier, wie bei uns. Ja, ich habe die halbe. Oh Mist, dann habe ich jetzt hier die vollen. Und ich habe ein Bier. Oh, das ist aber doof. Die vollen mag ich aber nicht. Was willst du denn hier? Da will ich nichts, ne? Okay. Robert, ich habe doch gesagt, das ist ein rotes Auto. Ich will da keine Rolle. Kann dir da nichts passieren. Steht da fest am Boden. Ja. Ja, so schlecht war er nicht. Ja, ja. Komm, mach du mal. Ja, ja. Ja, aber ich habe sie dir ja hingelegt. Aber ist klar, das ist ein rotes Auto, da kann ich nichts mit anfangen. Ja, rote Autos bringen mir kein Glück. Na ja, dir auch nicht. Das ist geil. Das ist geil. Meinst du, das schaffst du, der Elfmeter? Schaffst du nie? Ja, mein Arm tut ja auch weh. Weißt du? Auch den kann man versäbeln. Ja, weil... Auch den kann man versäbeln. Auch den hast du gesagt. Ich war... Komm, der ist drin, ich weiß. Ist ja logisch. Ist ja einfach. So, next. Wieso war der einfach? Weil den hätte ich auch eingekriegt. Ja, klar. So easy. Den auch. Das ist die Sache. Du hast nur die einfachen, weil die halben sind die einfachen. Ich habe ihn dir so gelegt, dass du den grünen da hinten reinmachen kannst. Okay. Sonst verlierst du hinterher noch die Lust. Die Rotleuchten sehen auch schon an. Aber sowas brauche ich. Das ist cool. Oh, guck mal hier. Oh, hast du mal gesehen? Der war gut. Der war gewollt. Der war gut. Der war gewollt. Ja, logisch war der gewollt. Hier, ich bin voll im Thema hier. Jetzt machst du aber hier einen, ne? Ah! Rein! Den hast du aber bloß. Der war so gut. Ich soll selbst mit dir reinschneiden, aber okay. Und Verhofft kommt auf. Ja, guck, der Grüne ist jetzt auch drin. Das ist ja... Total, ne? Du musst ja den ja auch immer wieder so hinlegen, damit du was... Nee, jetzt muss ich... ...dann du was machen kannst. Und wo muss ich jetzt anfangen? Dahinter? Da. Oh, das ist scheiße. Hier musst du anfangen. Weil die alle so gut für dich liegen. Oh Gott, das ist aber blöd. Quälerei ist das. Ja, aber was soll ich denn damit anfangen? Da kann ich nichts mit anfangen. Warte. Ja, komm, ich hab keine Zeit. Ich muss zum Notar kamen. Haben wir dem Fahrer schon die Adresse gegeben. Ja, jetzt wolltest du aber einen machen hier, ne? Ja, leicht verrechnet. Leicht verrechnet, sage ich dazu. Guck mal, hier, wie du die... Das ist eine Unverschämtheit, ist das. Guck mal, der da. Die sind ja nicht gelegt. Ja, die hab ich dem ja auch alle hingelegt. Das ist ja logisch. Hab ich überhaupt schon einen drin. Wow. So, und jetzt der schwarze. Okay. Wie? In das Loch oder wo muss ich hin? Schwarze normalerweise ins Gegenüberliegende Loch. Ja, komm. Na, oi, jetzt haben wir ein Leid hier. Ich muss zum Notar. Fuck. Er hat natürlich genau in der Ecke. Warte, 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 warte. Jawohl. Ja, super, ne? Da, die schwarze, wie du da hinlegst, ich glaube, ich spinne. Guck mal, die hast du jetzt so hingelegt, dass ich gerade noch dran komme. Kommen. Ist gut. Ausgebaut. Ja. Bravo. Eins, null. Gut gemacht. Okay, so. 20% Discount. So. So. Was nice. Ich muss mein Bier aber noch trinken. Aber nur, weil meine Schulter kaputt ist, Schatz. Sonst hätte ich ja wieder. Ja, klar. Very good. Ja, ja, hast du doch. So, jetzt habe ich noch 5 Minuten Zeit, dann müssen wir fahren. Die Geißen sind wieder da. Ach, hallo. Und auch gleich wieder weg. Wir sind jetzt hier wieder mal in Dubai. Denn ein neues Haus muss her. Unsere Kinder werden natürlich komplett durchdrehen, wenn die Eltern hier eine Wohnung kaufen. Aber wird eine Immobilie überhaupt reichen? Ich werde mit ihr eine Wohnung nehmen von Papas Kreditkarte in Monaco. Die Geißens mit neuen Folgen ab Montag 20.15 Uhr bei RTL 2.